So, der berühmte Donnerstag ist da. Ihr wisst ja, heute beginnt wieder für alle YouTuber, die die Aufgaben machen, für euch ein kleiner Marathon. Für mich auch, aber als erstes fangen wir natürlich mit dem Shop an. Dann kommt die Tagesaufgabe und dann kommen die ganzen Wochenaufgaben. Dann erstmal danke für 313 Abonnenten jetzt. Ihr wisst ja, bei 320 Abonnenten kommt unten die nächste Zahl hinzu. Und für alle Neuen unter euch, wie gesagt, guckt einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich einmal das komplette Szenario erkläre mit diesem Passive Code. In dem Sinne, schaut einfach da vorbei. Alle anderen, gern wie immer, ein Like da lasst und schreibt gern noch was in die Kommentare. Und für alle Neuen, die mich schon mal irgendwie gesehen haben und auch die Aufgaben so von mir mal gesehen haben, wie gesagt, lasst gerne mal ein Abo da. Würden mir natürlich weiterhelfen. So, was haben wir denn jetzt hier wieder? Community Abstimmung, okay. Äh, du-du-du-du-du-du-du-du-du. Puh. Der sieht natürlich schon ein bisschen crazy aus. Der, ne, der geht in den Ruck nicht. Der sieht ein bisschen gay aus. Würde ich echt den nehmen. abstimmen ich nehme den schreibt man die kommentare wenn ihr genommen hat weil mich doch mal interessieren also der links gefällt mir überhaupt nicht der geht so in der auge geht auch nicht wie gesagt sieht ein bisschen gay aus so dann gehen wir mal rein in den shop das sieht doch schon mal nice aus mit anderen aufgaben noch aber so fällst du schon übelst auf auf der map welche farbe der noch die farben sind nice die ganze skin an sich ist nice ich weiß sind drei skins plus die aufgaben kaufen oder nicht kaufen oder nicht ich würde sagen wir gönnen uns dazu wird schon gleich wohl noch was machen müssen aber wie gesagt sieht nice aus von daher dann haben wir irgendwie auch komplett neue klingen jetzt ein bisschen dumpf an aber die sehen auch nice aus aber ich habe ja jetzt eigentlich heute gerade gucken spitzhacken spitzhacken haben sie natürlich nicht drin die schlitzohre das sind beide den hier rausholen da war schon so was haben wir noch nickerchen ist immer noch drin wie gesagt der gefällt mir eigentlich auch recht gut aber nicht so dass ich kaufen müsste ganz ehrlich aber den hatten wir gestern schon drin was haben wir noch die einschlafhilfe immer noch die spitzhacken kurz der effekt dann haben wir den nachtflieger hatte ich ja gesagt der wird wahrscheinlich zu groß sein ingame ist der 100 pro zu groß aber sieht man wenn einer ihn benutzt also ich würde das risiko nicht eingehen weil ich mag große kleider überhaupt nicht so dann haben wir die verser wieder drin die sieht ja aus wie die die ich habe diese neo nur halt in rot schwarz in meinen augen weil ich zeige euch gerade was ich meine da ist nämlich genau dasselbe nur in rot schwarz und den den ich habe hatte ich halt mit meinem playstation 4 controller mit drin aber der sieht eigentlich auch ganz nice aus aber da gefällt mir der blaue ruf eigentlich schon besser so dann haben wir niemen spiel wir kennen es ich muss immer an monte denken und rein in die holger ich bin drin so dann haben wir noch die wüsten dominiere rin dann haben wir noch mal recht gut ich weiß dennoch hin und tritt drauf ist natürlich schlecht aber wenn man gestorben ist kann man eh nicht benutzen von daher ist eigentlich bringt er nicht so dann haben wir schützen als als halt auch ein 08 15 skin hat seine zielteile wieder auf dem armen aber mehr ist es eigentlich auch nicht dann die animierte lackierung meteorit so sieht die eigentlich schon nicht schlecht aus die hat schon was darf da fällt überhaupt nicht auf hat da vorne dann so ein bisschen das läuft aber mehr auch nicht also da die tarnung drauf so dann haben wir gesagt das paket wie gesagt schreibt einfach mal in den kommentar für wen habt ihr abgestimmt habt ihr einmal für den party prügler abgestimmt habt ihr für bärche abgestimmt wo ich für abgestimmt habe oder habt ihr für farbenschützer abgestimmt wie gesagt schreibt einfach mal in die kommentare das war es auch schon wieder mit dem shop in dem sinne würde ich sagen haut rein und dann schon bis gleich zum nächsten video der marathon beginnt jetzt haut rein